Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Rockigliagua. Wieder Womble Womble und wir haben wieder geinteressiert. Zurück zu meinem Video. Ja, ist zu lange her, dass ich mein Video hochgeladen habe bzw. gemacht habe. Zu lange her meiner Meinung nach. Ich glaube sogar drei, vier Monate her. Es tut mir auch sehr leid, warum es das ist. Kann ich dir erklären. Es liegt daran, wie ich schon im letzten Mal gesagt habe, weil es öfter mal so ist, dass es mal keine Videos kommen. Wie gesagt, ich mache YouTube nur als Hobby und da ich ja privat viel zu tun habe, nicht nur privat zu Hause, sondern auch privat Arbeit. Ich habe nicht die Zeit, Videos aufzunehmen, geschweige denn zu schneiden oder rendern, weil einfach die Zeit nicht da ist. Die ist einfach zu knapp. Und das Ding ist einfach, dass ich ja teilweise ja nur einen Behilfsjob habe quasi. Kein ruhiger Job, der für mich jetzt zukünftig was bringt. Oh, zu mir ein Tor. Ja, der war mal schwach. Und ja, ich möchte halt eben arbeiten, privat Dinge machen, Sorgen suchen an den beiden noch. Und das ist viel. Ja. Und dann vor kurzem auch, muss ich mein PC neu aufsetzen, also neu in Szene alles und dann sind alle Sachen weg gewesen. Dann muss ich eben auch die ganzen Intros, Endgarten neu machen und das hat echt viel Arbeit wieder gedauert. Das ist einfach ärgerlich, wenn so viele Detail immer fehlen. Ich muss wie gesagt noch Thumbnails neu machen. Ähm, vieles verschiedenes neu machen. Ich muss auch mein PC wieder von mir anbringen. Ne, also halt so, als es zum PC gehört, wieder in Szene. Ist halt ein Bild, aber passiert daneben. Und äh, ja. Ah, ich muss euch hin. Ja, jetzt wird noch geboxt. Ja, ich glaub, es hackt hier. Was, was ist denn hier los mit euch? Ja. Ah, der wird nicht, ne? Äh, okay, warte. Ziraten. Haha! Ja, schön weggesogen. Geil. Das hat doch mal ein schönes Tor. Hätt ich nicht gedacht, dass ich ihn so rein bekomme. Ja, hätte sein können, dass der andere den wegboxt, weil es war echt knapp, wie man seht. Ja, es war mega knapp sogar. Ja, danke mein Freund. Guter Schuss. Ja, du brauchst Booster, mach mal. Ich versuche ihn zu verhindern, weil meistens, wenn keiner wegfährt, oder wenn der eine wegfährt, es ist schwerer, dass der Torwart den Ball zu behalten kriegt. Ist halt ebenso. Und dann gibt man selber vor. Das ist gut zu wissen, wenn der Nefektion hat. Hey. Oh Gott. Okay, das geht auch. Das war nicht gut getroffen, das war keine Sauberlösung. Ja, gut, der Ball ist aber auch bescheuert geflogen. Auch der Weg geht jetzt nicht mal, es ist nicht mal schwer, den Weg genau auszurechnen, wo der Ball gerade hinfliegt oder hin titscht. Ja. Ja. Und der Magierter hat den Ball gesaved. Ja, schön. Alter. Was war... Oh, wie klappt war das bitte? Das war aber mein Item, das den Ding so hoch gefeffert hat noch. Alter, hättest du gar nicht recht gesehen, weil das da irgendwie seitlich war... Oh, schön. Also das war sehr schön gemacht. Kann man mal... Oh Mann. Hat aber gut gemacht. Der hat da schön reagiert und dann drücken auf genutzt. Nice. Das gefällt mir. So gut muss es sein. Okay. Wir gehen weiter. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Kann halt sein, dass der Endcard und die Intro jetzt ein bisschen anders aussehen. Weil, wie schon gesagt, ich habe das neu gemacht und da habe ich ein bisschen was anderes gemacht. Denn die Erfahrung macht es ja, wenn man dann so ein bisschen was... Oh. Er hätte nicht bekommen, das wäre schon peinlich gewesen. Weil zwei haben die nicht bekommen, aber der dritte... Oh. Ja, ich lasse mal. Boah, das war aber echt knapp gerade. Boah, ist der denn so... Ja, gut. Danke, ne? Oh, lol. Dass sie ihn noch gehalten hat, war... Ja, dass sie ihn genau weggebrockt hat, war es zwar gut. Das war... Da hat er nicht... Da hat er mich geblockt gerade. Ja. Das hat er auch schon gemacht. Also wir haben jetzt hier... Oh. Ja, war gut. Das war... Das war... Also der Eis war jetzt richtig dumm... Okay. Oh, das hat er schon gemacht. Das hat er schon gemacht. Das hat er schon gemacht. Ja, gut. Den habe ich... So. Schade. Den hat er schon wieder weggeblockt. Also die sind nicht weggeblockt. Die haben schon was drauf. Ja. Guck mal hier. Da, 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 da. Ja. Schön geändert. Oh, die Faust, Alter. Die hat er echt... Oh ja, guck mal. Oh ja, der war wunderschön reingesprungen. Oh, wie gut getimt war das bitte. Ah. Alter. Schön. Aber das ist so fliegt, das hätte ich nicht gedacht. Deswegen habe ich noch gesprungen und dann schön rüber gefaustet. Keine Chance. Unaufhaltbar. Schön. Schön. Das war doch mal. Das war doch mal ein Tor hier. Kann man nur mal. Kann man mal sehen. Ja. Also er ist aber noch seit langem gedacht. Ich hoffe das läuft jetzt wieder. Ich muss aber auch wieder. Ist eigentlich ein neuer. Ja, ja. Aber kann es ja sein, dass es sogar besser... Ja. Den habe ich so scheiße bekommen gerade, dass ich ihn nur getippt habe. Es war echt blöd gerade, dass ich ihn so getroffen habe. Alter. Was macht ihr? Was machen die da? Weg mit dem Ball. Was denn da los? Ah. Schade. Hätte ich nicht... Ah. Hätte ich vielleicht nicht da gewesen. Oh. Ja gut. Ja. Schön. Ich musste zurückgegeben. Warte mal. Warte mal. Warte ich. Yeah. Gut. Alter. Schön gesteilt und nach vorne gepusht. Um den siebten mal ein bisschen sicherer zu machen. Schön. Da fliegt er hin. Der Madis. Und rein das Ding. Ich habe noch ein Tipp vorher, dass er nachfeuert und einen Boost nach vorne bekommen hat. Aber nice. So muss es sein. Der Verlauf läuft. Yeah. Oh. Ah ja. Er hat sich viel geiler nochmal in dem Game. Für die, die es nicht schon wissen. Äh. Es ist jetzt Rang mäßig. Also es ist wie ein Wettkampf statt Gelingangspiel. Eigentlich ziemlich gut. Oh. Geilo. Oh. Da hat er gut reagiert. Da hat er den Item gut genutzt. Oh. So. Also. Gut. Aber der Item vom Torwart ja echt gut gewesen. Der hat ja schon rausgeholt. Sonst hätte er den gar nicht bekommen. Oder vielleicht bekommen. Und der Saugnopf. Dass der auch. Dass er den noch bekommen hat. Aber das war echt noch Glück. Weil der war echt noch Glück. Weil ab dem Pücken reif wird. Geht der Saugnopf nicht mehr. Dann bricht er einfach ab. Und dann ist er weg. Was echt Item wahrscheinlich wäre. Oh. Sorry. Das war nicht geplant. Okay. Was machen die da? Ey. Was macht die da? Ah. Das war aber jetzt. Das war jetzt mal die Schwester. Ah. Und da ist schon die Zeit vor oben. Okay. Das ist schon mal. Oh nein. Komm. Also dann noch. Schade. Und dann. Hat er den noch gerettet. Das war echt nicht so prickelnd. Aber ja. Es war eine gute Runde gemacht. Wie in den ersten Auftakt. Zeit lang. Äh. Ja. Wir sind dann mal in der nächste Runde wieder. Bis. Äh. Bis. Äh. Gleich. Ja. Dann wir kam zu einer weiteren Runde. Okay. Lager auch diese wieder die Körse Karte. Zuverläußer. Ja. Kann man machen. Es wenn man. Jetzt haben wir die Karte auch nicht gehabt. Kann man ja noch nicht mehr. Okay. Gut. Der Fries. Oh. Alles klar. Na. Na. Mal. Na. Die Karte. Na. 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 es holt war schön gemacht mann die war echt gut gewesen aber leider nicht so gut wie es war knapp allein der hat er schon geblockt den out geplägt aber nicht gut er war nicht schlecht gemacht da hat er noch ein bisschen noch hat er gut gemacht muss man sagen muss man sagen hat er gut gerissen und gegen den kopf gewahrt war aber auch knapp muss sagen weil ich gegen die kante gegangen mann okay wieder klaren in klaren ist der häufig gierende match hier also in allgemeiner auch nicht dass man selber auf den klaren spielt oder in gruppen okay das war ich würde nicht sagen aber das war easy warum war keiner im tor Prozent wenn er da hinten bin das habe ich gesehen so kann es sein und es kommt ja ja hallo den schöner wird das mann heißt wenn der expert ist in der lena hat dann die gut dann noch mal was gemacht micheligende mittlerweile 80 jr da hat das was das war damals nicht so gewesen ich habe mich glaube ich hier sehen die profi angefangen sie nicht mit daran anfangs nie wieder an also mit level 0 nil ist Hansel 3 ist anfangs von schlusser bis dann möglich in die Läden umgekehrt Leading an sich um geändert worden ist und Prozent Ja Hat er gut gemacht Ich muss sagen, dass es schwer da jemanden zu bekommen Wenn der auch ausweicht Also Hat er auch gut gemacht, aber der war mal ein Torhärgerade gewesen Also nicht gerade gut Kann mal passieren, dass er das nicht hält Aber ja gut, wir haben noch ein Glück zu haben Von daher entspann ich Eigentlich der Rückschneid ist ja nichts Schlimmes Das hat er gut gemacht Boah Ja, jetzt haben wir unglücklicherweise ausgeschieden Da habe ich ihn bei unglücklicherweise getroffen Eigentlich wollte ich ihn rausschießen Und ja Da hat er mich angeschossen Ah, das kann auch mal passieren, dass man Leid, da habe ich nur hochgenüppelt gerade Ja Ja gut, das hat er gut gemacht Den aufgehaltenen Verhindert das Ähm Ich glaube, das geht los Kollege So, warte auf Ich glaube, das geht los Ich glaube, das geht los Kollege So, warte auf Ich glaube, das ist nicht schlecht Der ist nicht schlecht Okay Wie heißt das ist schon Kopf-Kopf-Rennen Ja, so auslesen glaube ich Ja Wobei die einen Tore echt halbatsch waren Hätten wir ja Hätten nicht sein müssen Das war auch irgendwie so Okay Damit hätte ich gerechnet, dass der Ball so viel liegt Komm, also komm jetzt, also wenn Echt, dann rammt man mich sogar weg Schön Hat er gut gemacht, schön gemacht Ich habe auch gleich dabei, ich wollte den Spike nicht abnehmen Dann habe ich nur da weg gerammt Oh Mann Äh, angerammt halt quasi Den einen Krass, krass Die Tore machen Also gut, dann würde ich sagen Hoffen wir mal auf einen Aha Oh Gut, dann hat er hochgedutbelt, aber nicht wirklich abgewählt Also nicht richtig abgewählt, sag ich mal Ich würde sagen, eher so indirekt, weil er hochgedutzt ist Also nicht nach vorne Was? Was machen die da? Also irgendwie Die spielen ja eher Also die Die machen ja nicht wirklich was vorne Aber gut Somit haben wir Chancen Oh, gut, das schon gemacht Oh, jetzt kann Abwehr Nix abwehren Okay, das war Hätten wir klappen können Aber der VitaF Doom Ist beim bestimmten Winkel immer so Äh, ein Ach, komm Ah, komm Komm Ah, komm Da hat er ihn gut abgewählt Allah, da hat er mich sogar parkiert Ah Da wurde einmal der Spike immer mal Da wurde, hab ich ihn abgefälscht glaub ich, ne? Ja Ja Hat er gut gemacht Da hat er mich abgefälscht Somit habe ich ihn nicht wirklich gut abwählen können Und dann ist halt eben Unglücklich gelandet Und Ja, zurück drin Ja, und so kann man Ach, Frau Romann Äh, he, Romann Okay, warte geht's Zweiter geht's mit dem Actionreichen Video Äh, was macht ihr hier? Leider ohne Witz, komm her Leil, hat man mich sogar ergrammt Und deswegen wurde er weg Dort sogar Ha Kann man auch machen Oh, da hat er jetzt noch nix Ja, leil Schön voller gemacht Und die Unschienen Ja, das war knapp Wer hat dann rausgeholt Oder Na ja, was das rausgeholt Ja 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 Das sind davon noch Na gut Ich bin am Tor, ich halte auf Ich halte auf Ich halte auf Ich hab mich hier dran und warte bis hier Na gut Ja, komm, den wir mal, komm Ja Ja Versenkt, Alter So mach man das noch machen Und damit haben wir die Verlängerungen abgeschossen Nach so drei Sekunden Ähm Ja, alles zu sagen, das war es mit dieser Runde Ich hoffe, es hat euch gefallen Äh Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Euer Segmentis Bis dann Tschau Seen